Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du eine iTunes-Rezension für einen Podcast in der mobilen Podcast-App auf dem iPhone abgeben kannst. In unserem Podcast Fotofonie fragen wir sehr oft nach eurer Hilfe und danach, dass ihr uns bitte bei iTunes eine Rezension für den Podcast hinterlassen sollt. Davon wollt ihr alle auch fleißig Gebrauch machen, das ist sehr schön, weil das ist sehr wichtig auch für uns und den Podcast. Nur hat Apple die ganze Aktion jetzt nicht so ganz leicht für uns alle gestaltet. Zumindest in der Podcast-App auf dem iPhone nicht. Und weil uns einige Anfragen erreicht haben, wie das denn jetzt genau geht, habe ich es mal versucht rauszufinden. Und zwar, wenn ihr unseren Podcast gerade hört, dann seht ihr wahrscheinlich so wie jetzt den Player angezeigt, nur dass er läuft. Und um dort rauszukommen, könnt ihr einmal oben links auf dieses kleine Pfeil-nach-unten-Symbol in dem runden Kreis, da könnt ihr einmal draufklicken. Dann öffnet sich unsere Podcast-Gesamtübersicht, also von unserem Podcast. Und jetzt seht ihr am unten, unter dem Bildschirmrand, ganz rechts außen, seht ihr die Suchen-Funktion. Da einfach mal draufklicken, auf Suchen. So. Dann hier oben in der Suchleiste tippt ihr, das ist einfach ein bisschen umständlich, tippt ihr unseren Podcast-Namen nochmal ein. Foto-Phonie. Ja, wir schreiben uns mit PH. Und dann seht ihr schon in der Suchergebnisliste die passenden Ergebnisse. In unserem Fall ist es genau eins, das ist schön so. Da einmal drauf tippen. Und ihr kommt auf die iTunes-Store-Seite unseres Podcasts mit ein paar aktuellen Folgen oben drüber. Und ungefähr in der Mitte, da steht Podcasts und darunter ist unser Cover. Unser Podcast-Cover. Da bitte draufklicken. Nicht so ungeschickt wie ich, sondern richtig so. Dann geht die Detail-Seite auf und ihr seht, hier oberhalb der Überschrift des Podcasts, da sind fünf Sterne, die leuchten schon und das wäre auch toll, wenn das so bleibt. Also bitte, bitte, gerne fünf Sterne-Rezension abgeben jetzt. Dann klickt ihr auf Rezensionen. Guckt mal nach unten am Bildschirm, so etwas oberhalb der Playbar, also der Mini-Player-Leiste, die jetzt so die Laufschrift hat, etwas da drüber. Da steht iTunes-Kundenrezension und in blau das Wort bewerten. Da noch einmal drauf tippen. So. Unter Umständen müsst ihr euch jetzt erstmal mit eurem iTunes-Store-Account anmelden, um eine Bewertung abgeben zu dürfen, weil Apple mag das nicht anonym. Was jetzt schön wäre, ist, wenn ihr jetzt natürlich hier dann auf eine Fünf-Sterne-Bewertung klickt, eurer Bewertung einen kurzen Titel gebt. Ja. So. Und ganz kurz, ein Satz, reicht schon, ein paar Worte, einfach kurz dazu schreibt, warum euch die Fotofonie so gut gefällt. Das wäre absolut super und das hilft uns als Podcast unheimlich weiter, weil Apple das Ranking der Podcast eben ganz stark nach diesen Bewertungen macht. Und wenn der oft bewertet wird und auch noch gut, dann wird er oft angezeigt allen anderen und damit würden wir alle weiterkommen, weil eine größere Hörer-Base würde uns mehr Freude machen und auch wahrscheinlich andere Mittel und Wege noch eröffnen, um andere Podcasts in Zukunft für euch zu machen oder diesen etwas anders zu gestalten noch. Und das wäre super. Bis hierhin. Ich danke euch für eure treue Hörerschaft und dass ihr uns bewerten wollt überhaupt. Das ist ganz klasse. Finden wir großartig. Macht weiter so. Und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.